Peace, tschüss und hallo meine lieben Leute! Ähm... Ja, ich mach grad nichts. Let's play. Ja, der Sprengmeister, der ist grad irgendwo anders. So, auf sein Papier tun wir uns jetzt mal abmelden. Anmelden. Ähm... Ähm... Und zurück. Okay. Und... Ja. Nein, ich hab heut mit dem Sprengmeister nicht gesprengt. Aber ich hab ein Vogier gebaut. Ja. Ähm... Sprengmeister müsst ihr gleich kommen. Okay, endlich. Wer denn sind? Wie denn was, was von mir gibt's ne Influencerz oder was? Ungefähr. Das wäre ehrlich. Ähm... Mit dem Meter? Mit Meter oder... Ohne... Also nur in Weiß. Nur in meiner Welt. Nur in meiner Welt. Ungefähr. Mit jeder... Mit einer Welt gibt's ungefähr zwei. In der normalen Welt gibt's vielleicht mal zwei. In der normalen Welt. Ja. Bis acht. Ja. Fünf... Fünf Monate bevor oder mehr wird's dann nicht geben. Ja. Unser Sprengmeister ist grad hier reingekommen. Oh geil! Wie geht's? Ich weiß nicht jetzt nicht, ob ihr was erzählt. Und wir müssen unseren... Controller, die Batterie wechseln. Lukas erzählt hier jetzt was. Du bist so doof! Wieso soll ich was erzählen? Ich bin hier nicht ein Sohn! Unterhalter zu sein! Ey, der Claire ist Unterhalter, Mann! Ähm... Du bist so doof! Was bin ich? Ach, nichts, nichts! Ich bin müde! Mit was bin ich? Das ist scheiße! Was soll ich? Ich hab acht Batterien in der Hand! Was bin ich? Scheiße! Ich weiß! Wie viel brauche ich überhaupt zu gehen? Oh, wenn wir meinen. Du musst nur nicht scheiße finden. Ach so, ich hab nur sieben Batterien. Erinnern euch, ich hab sieben Batterien? Hallo, hallo! Er spielt wieder mit deinem Kuschelchen. Nein! Höh! 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 Hallo! Ich bin mit der Junior und ich bin Bodo! Ja, 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 ja! Und ich bin selbst! Na ja, so! Ich bin Noah Papier! Äh! Na ja! Ich bin Noah Elfie! Und er bin so! Wow! Ja! Ich mach erstmal kurz den Ton aus, damit er uns das mit uns nicht versteht. Genau! Genau! Ich mach gleich lieber wieder an! Ich mach mal den jetzt gleich! Also, das ist das... Das ist mein Mund! Ja! Ja! Wie beim Zahnarzt! Ja! Das ist das Borgia! Bau 2! Ey, du bist so dumm jetzt Argo! Weil... Ja! So, man kann hier die Türen aufmachen! Alter! Komm mal! Und auch wieder zumachen! Dann hat man hier den Eingangsbereich mit einer Rigidiothek! Kuchen! Ja! Und eine kleine Küche! Mit Kuchen und Kicken! Ja! Ja! Ich hab aber keinen Hunger! Ja! Und da ist das Bett! Da hat man hier so einen Kühlschrank! Und hier! Boah! Ja! 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 Ich bin kein kleiner Arscher! Selberlein! Fein Dominiketti! Du bist ja so! Machst du das doch... Ich hab dich nicht erwähnt! Ja! Weil du bloß daneben sagst, wenn du mich die Scheiße geblabbert hast! Das ist mein Mr. Junior! Also, exploriert ihn einfach! Ich werd's auch in die Comments schreiben! Äh! Ich werd's auch in die Beschreibung schreiben! Und das ist er mich! Dass er mich jetzt sehr dumm macht! Hätt ich so aus der Webseite, dann könnt ich ihn jetzt verklagen! Ich hab's auch in Bozo! Lufa als Mann! Alter, wir sind bei dir haben wir schon! Ich bin vorhin Meister Epple! Das ist der Leib und ich immer noch so! Ja! Das ist genau der gleiche Name von Lisa Bergmann! Der Bergmann, der hat halt nur ein bisschen... Nein! Kapiert du! Lass mich in Ruhe! Bring ich dich gefälligst um! Nein! Ja! Hier! Oh, guck mal so ein bisschen dunkel! Oh Gott! Ja! Dann hat man hier so ein Ausblick! Das ist übrigens auch gleichzeitig die Brücke! Ja genau! Hier hat man die Augen! Also ich hoffe jetzt, dass ich keine... Also eine kleine TNT-Kanone... Dass ich jetzt keine TNT-Kanone irgendwie selbst die Luft schränke! Und... Genau! Das ist die Brücke für mich öfters! Weil der hat doch nur eine ganze Zeit! Und dieser... Ähm... Das ist ein Duck! Ein Duck! Ein Minecraft! Hä? Das gleiche hat man auch... Das gleiche hat man auch... Das gleiche hat man auch hier! Hier machen wir zwei Tonen an, in der Schule! Und die Brücke machen! Ähm... Ja! So, jetzt muss ich Brücke machen! Tja, er hat eigentlich vor allem Brücke machen! Ne, die Hauptkanone machen wir noch nicht! Dann hat man hier zwei kleinere Kanonen! Also das sind schon die mittleren Kanonen! Die sind halt hier, wenn man irgendwas machen will! Bumm! Und die hat sich hochgeheert! Weißt du... Ähm... Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich! Nein, das ist mir nicht! Ich bin ein Mann! Ein Mann! Ich habe gerade die... Besucherschmädchen! Was? Ich gehe nicht rein! Ich hole mich nicht mehr! Scheiße, ich spreche nicht! Ich hole gleich meine... Ähm... ein Dominik! Ja... Ohneil... Einmal! Einmal! Sie haben hier nicht! Ich bin hier nicht in ihrem Flaschenwärm! Meine Plasche! Und du bist da so besandt! Lachen! 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 Ja! Ja, das ist dann ein kleiner Wacken der Maschine, das müssen wir jetzt vielleicht noch umbauen. Hauptsache, die lasse ich jetzt nicht in die Luft. Wenn man jetzt ganz Wocky einfach in die Luft schlauen kann. Verstehe ich schon, wenn er so gut ist. Ja, da hast du ihn jetzt noch nicht zu. Ich nicht. Ja. Super. Dann sind wir jetzt da draußen mit zwei großbeschädigten Kanonen, die aber überall... Man hat einen Hüstenhauen. Ja, die haben wir ja schon. Ne, das Video habe ich nämlich hochgeladen. Das ist natürlich ein witziges Video und ich kann so 20 Minuten hochfahren. Wie geht das? Wie, wie lange geht das? Wie geht das? Wie geht das? Na ja. Warte mal. Aber ich werde wirklich gehen. Trampel nicht ins Bild. Ne, schau mal. Liegen mich nur so einen rein, ich kann es nicht so hin. Oh mein Gott! Und wir werden jetzt das Woh-haut, das Woh-haut. Das Woh-haut unter Beschutz sehen. Was? Wir werden das Woh-haut unter Beschutz sehen, hab ich gesagt. Nein, was? Geht das Woh-haut? Ja, hm. Geht gar nicht, scheiße. Warte, die sind wir hier. Woh-haut? ja 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 ich bin so ein sag mal das geht wirklich nicht du musstest du zustimmen ja ich glaube, das ist schon ein bisschen du bist auch gar nicht also ich will das mit der Ja, jetzt hier kann ich nur, ähm, dass die, diese beiden, dass sie die beiden erleben, die sich in die Luft jahren, das gleich nochmal überarbeiten und dann dazu ein kleines Spiel aufdrehen. Das gleich dann, wenn ich mal auf Movie Wacker, vielleicht jetzt mal hochladen, also, ja, wir müssen ja irgendwie so ein Vertrag helfen. Soll ich ihn vergessen machen? Halt ihn die Finger davon. Äh, nur genau. Also, der stört noch nicht manchmal in den Videos. Das muss man sagen, der stört. Ja, besonders ich, weißt du? Na klar, wenn sonst, ich nicht. Ja, du bestimmt, du sagst das ganz bestimmt. Nein, ich stört auch nie, ich bin doch immer sehr brav. Habt ihr den zum mal brav sein, wenn du ihn? Nö, nur glaube ich nicht. Oh, Herr, dann ist ganz gut zu sehen und wollte ich auch nicht sehen. Doch, den müssen ja gar nicht skaten. Ja, 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 ja. Hey, guck mal, das ist scharf. Ja? Ja, das ist ein Schaf, ne? Das ist ja doof. Ja. Ist das scharf auch? Echt? Oh, ich krieg's zu Hause. Na, kriegst du schon wieder ein Kind? Nee, weil ich nicht. Morgen gleich. Na, morgen. Jetzt mach's, komm! Dich mach's, boof! Dich mach's, boof! Dich mach's, boof! Dich mach's, boof! Knallgung peng. Bing, bang, 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 knallgung! Die Hauptkanone, der ist kaputt. Also, der Vorhirn ist nicht so stabil wie das OBV1. Ja, ähm, wenn es geht, müssen wir vielleicht noch diese zwei Kanonen gehen, also ich versuche halt, das Sicherheitsglas der Brücke zu entsprechen. Oh, ich bin dumm! Na, was? Dominik? Kann ich mal was versuchen? Was? Mach mal eben ein paar Nähe hoch. Mach du was? So? Die Kanone ziehen, die Kanone darf ich dazu. Ach, wo es vorne vielleicht zwei hoch ist. Nein, aber ich mache da ein Ding. Na, muss ich mal auf den Tür gucken. Oh, das kann leider ein Ding ab und satschen. Da liegt der ja. Ich glaube, das wird ein Fehler. Ja, aber die Brücke ist immer noch nicht so unverstört. Zeig mal! Anni, wir gehen dann mal rein in der Tür hier und gucken mal, ob da alles geht. Oh, der weiß bestimmt. Oh, der weiß bestimmt. Naja, es sind eigentlich schon fast alle Kanonen rausgefallen, weil die haben, die beiden haben sich ja selber interessiert. Und wie lange geht denn das Video schon? Ja, alte Minuten, wir müssen uns beeilen. Das ist auch dafür, solange sie so hochladen. Ich lad ja gerade schon im Video hoch, dabei ist das vielleicht so hochladen. Ich mache es einfach ganz schnell und ignoriere den Kamerl über mir. Also ich habe heute früh, äh, heute Vormittag, ähm, mit dem, mit dem und hier, hier einen Beschuss festgemacht. Da war die Kanone etwas weiter oben, da war, ähm, wie hier so ein Loch drin. Einfach ein Loch. Ja, sag mal das von hinten, sag mal das von hinten. Welches ist das? Wo V1? Ja, dann wo V1. Ja, das hatte ich auch schon in dem Video. Das ist das schon letztens. Ähm, ja, Aufnahme wurde abgeschlossen. Ist ja toll. Und Aufnahme wurde wieder geschlagen. Ja, heute ist Internationale Sauerkart. Super toll. Meine Schuhe hatte da nicht fach, was ich leiden konnte. Ja, ich fand es auch super leiden. Weil ich erst gestern abends in der Stunde geguckt habe und heute schon wieder eine Stunde umgekehrt. Und die Brücke ist so stabil für dich. Dann können wir ja auch mal der letzte Schuh sein und dann gehen wir rein. Ich weiß, ich bin doch vergleichbar. Ich weiß, ich bin doch vergleichbar. Gleich später. Aber warte. Also nein, wir müssen gleich Schlüssel machen! Oh nein. 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 Wow, also hier, ich glaube, das Borgi ist jetzt zerstört, erkannt worden. Ja, hier ist sehr fester Schloss einfach. Naja, ich, ich, ich ja kein Minder, weil ich auch nicht so gebrauche kann. Ja, ha, ne? Weißt du? Ja, also hier ist zwar nichts durchgebrochen worden. Und das ist hier halt krass, hat durchgehalten. Die Falle nun auch. Ja, und die auch dankenswert auch. Wir versuchen jetzt mal hoch zu gehen. Was soll man da schon versuchen? Haben sie das irgendwie da runtergelegen. Ähm, ja. Äh, Joni glaubt, die Kanone ist gestört. Und wir gehen einfach auf. Und dann Tiggi! Tiggi! Ja, genau wie ja! Ah, scheiße, 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 scheiße! Ja, du bist scheiße. Ja, tschüss! Bis zum nächsten Mal, euer Dominik Alpi. Bis zum nächsten Mal.